Die schönste Frau von Florenz in der Renaissance soll die junge Simonetta Vespucci gewesen sein. Sein ideales Frauenbild hielt der Künstler Sandro Botticelli auf seinen Gemälden fest. Dabei soll er Simonettas Schönheit als Vorlage genutzt haben. Simonetta Vespucci wurde 1492 geboren und im Alter von 16 Jahren verheiratet. Die Ehe soll für die junge Schönheit äußerst enttäuschend gewesen sein. Ihrem Ehemann wird eine homosexuelle Neigung nachgesagt. Der 22-jährige ebenfalls verheiratete Giuliano di Piero de Medici soll es ihr angetan haben. Man dichtete beiden ein Verhältnis an, was jedoch historisch nicht belegt ist. Simonetta starb mit nur 22 Jahren an Tuberkulose.